Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Yevgeny Prygoschin, hat der Regierung in Moskau mit einem Rückzug seiner Truppen aus der umkämpften Stadt Bachmut in der Ostukraine gedroht. Prygoschin beklagte in einem auf Telegram veröffentlichten Video, dass der größte Teil der Munition, die seinen Truppen im Februar zugesagt worden war, noch nicht geliefert worden sei. Wenn sich die Wagner-Soldaten aus Bachmut zurückzügen, hätte dies laut Prygoschin für das russische Militär zur Folge, dass die gesamte Front zusammenbrechen würde. Er wisse nicht, ob der Grund für die ausgebliebenen Munitionslieferungen gewöhnliche Bürokratie oder Verrat sei. Schon in der Vergangenheit kritisierte Prygoschin mehrfach hochrangige russische Verteidigungspolitiker.